Na Gott, gehen wir hoch. Du 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 du... Aber hier kommen wir nicht hoch. Aber die Kamera rübergucken, mit Schafschluss, immer noch gucken. Vielleicht müssen wir hier auch wieder was kaputt schießen? Nee, ich glaub nicht... Sieht nicht so aus. Das hat ein Schwein gebrochen werden, ja. Okay, ich komme runter. Hier liegt ein neuer Bot, den bauen wir mal ein. Warte mal. Wir haben fast vorbei gerannt. Vor den Leuten gucken und suchen. Er hat versprochen uns nicht weh zu tun, ne? Ja. Na dann. Äh, nicht, nicht nachladen. KI installieren? Ja, komm. Danke, ich werde jetzt versuchen dich zu töten. Hä? Warte, ehrlich gesagt, er würde uns nicht töten. Also sowas? In dem wieder will ich nicht nochmal. Ich gehe noch weiter zurück, weil er auf uns zukommt. Das ist ungewöhnlich. Wer versucht dich zu töten hat mir kein Vermögen bereitet. Hilft mir, eine friedlichere Gestalt zu finden. Mhm. Eine friedliche Gestalt zu finden? Ja, ja. Friedlichere. Ja, ja. Eben. Alle Gestalt. Ich habe nur eine Wortlos verloren. Ich sehne mich nach Frieden. Bitte schließe mich in einer sicheren Gegend an eine Radio an. Vielleicht in deiner Stadt Sanctuary? Nee, nee. Das machen wir nicht, sonst schmucken wir dich da rein. Oh, dahinten. Vorsicht. Ha, ha, ha. So. Dit war ja ein fieser Bob. Ja. Lauf macht er uns kaputt hier. Versuch der zumindest. Versuch. Zumindest bin ich diesmal nicht gestorben. Juhiii. Hä? Ja. Wo wir jetzt hinfinden? Finde Radio. Ok. Hinter uns. Ehrlich? Hinter uns? Wo müssen wir Radio finden? Warte, nicht hier? Äh, das ist ein... Tesla. Achso, wieder. Das ist... Auch eine... Stromgranate. Jetzt heils sie wieder zurück. Doch nicht nach Sanctuary oder was? Na, wenn's zu heiß sind, heils sie zu. Dann müssen wir halt zurück, ne? Ah. Ah. Ne, nicht in Sanctuary. Nicht in Sanctuary, nein. Hier gleich. Ja, finde Radio. So. Hier, komm hier rein. Ja, ja. Klick. 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 Hättest schon mal Leben kaufen können jetzt gerade. Äh. Äh. Ja. So. Finde Radio. Hm. Jetzt ist sie wieder hinter uns. Hä? Hä? Gibt's ja nicht. Siehst ja... Was steht denn jetzt in der Dings-Beschreibung? In der Radio. Die ist immer nur da. Äh... Hier, ist was anderes. Ist die Abgeschlossen, die Mission, oder was? Das muss da draußen sein. Auf der Karte. Jetzt warten wir mal. Machen wir die Karte dann auf. Ja. Da sind wir. Ja, und da müssen wir wieder hin, ne? Und da müssen wir wieder hin. Also... Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Hier ist es nicht. So... Finde-Radio. Warum müssen wir eine Radio finden? Wollen wir einfach weiterlaufen? Ja, es ist aber nicht hier. Ja, warum müssen wir eine Radio finden? Ja, wenn kein Radio da ist, dann... Ja, eine Radio finden! Hallo! Nebst sich zu, dass es so bleibt. So, hast du deine Gesundheit aufgefrischt? Yes, äh... Gott. Die Kinder kommen mal hier durch. Jetzt mal, hier so. Wir werden ja sehen, was passiert. Wir sind nicht. Aber das ist nicht. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Wir haben nicht. Wir sind nicht. Wir müssen in allen Ecken gucken, dass irgendwo ein Radio steht. So. Na, können wir uns in Ruhe mal umgucken. Wer schließt die Schwille? Kommt du nicht rein, oder was? Kommt du nicht, Leute! Es war nicht geschützt! Wir sind so gut, wir sind so gut, ja, ja. Wow! Bist du denn da rübergekommen, oder? Na, durch einen Kombi-Spallen-Schnittstern! Äh, in der Szene nicht mehr dran! Da rüber! Hier, links von dir! Einmal rumlaufen, Olaf! Einmal rumlaufen! Um den Kran, zwischen den Kranen durch! Von dem wir sehen aus rechts! Ach da, ja, ja! Jetzt weiß ich wieder! Ja, ja! Das ist in Mainz, ja! Aber war ja schon drüben! Oh, jetzt wird's dunkel! Aha! Gott! Ja! Irgendwo steckt noch einer! Ah, da hinten! Ja, der ist immer noch da! So, jetzt ist er weg! Schönen Headshot! So! Hier können sie aber noch ein bisschen umgucken! Ob wir noch was finden hier! Du-du-du-du-du-du-du-du-du! Ja! Ein Klo! Ah, gut! Vorsicht! Oh! Sirene! Du bist die Sirene! Ja, hätte er dir! Hey, danke! Den habe ich jetzt gar nicht gesehen, sie exist! Ja, komm her! Ja! 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 Ich werde über die Schildigkeit gut! Was ist das hier? Nachladen! Ich gehe jetzt auch hoch! Wir sind jetzt mal raus! Da werden die mir klarkommen, sag Bescheid, ne? Ja, ja! Ich hole gerade meine Gegend hier oben und so ein bisschen! Ja, und ich gehe mal hier unten weiter... Ich glaube runterfallen, da wird der andere verehrt, da ganz schlimm, aha. Also ein großes Denkmal für sich, da ist er schön. So, oh. Wer hat das noch besucht? Da ist noch. Oh. Braucht nicht. Gut. Wenn du ein Radio findest, sag Bescheid. Ich hab kein Radio gefunden, du. Sag ja, wenn. Hier. So, ich hab einen Feind gefunden. Ja. Noch einen. Viele Feinde sehe ich gerade. Ja. Auf dem Radar. Du, 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 du. Und ich klauere auf Null. So, hier sind wir auf mein Weg. Gold. So. Wui. Ganz da. Nachladen. Hier kamen auch ganz viele, ne? Ja. Vielleicht kommen es auch nicht mehr so viele. Warte mal. Hier ist nur eine Kiste. Munition drinne. Falls wir das brauchst. Da ist noch eine Kiste. Ja. Munition drinne. Kalt. Dann steigen wir uns weiter durch hier. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Erstmal nie sagen. Nee. Und läuft dafür um bei den Kisten vorbei. Naja. Schau, ich schau noch am Radio. Ja, ich auch. Ich geh jetzt mal die ganzen Dinger hier ab. Da muss auch noch die Kiste, aha. Und da kommt man in die Nübe. So wie es ausschaut. Oder? Nee, bekommst du nicht. Hältst du auch so nach so'n, äh, Alvis, Al, äh, gleich in den Auge ausschauen? Ja. Tss. 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 Vielen Dank.